SICKY! HAHAHAHAHAHA Joho Ladies and Gentlemen Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Papers Please Mein Name ist Smokey Und wir machen weiter bei Day 7, da wo wir aufgehört haben Ich glaub die Beta geht auch nicht viel weiter Die geht auch irgendwie nur bis Day 9 glaub ich oder so Ach ja Schauen wir mal Another Attack at Wrestling Checkpoint Dancers at Wrestling Club Founded Dead Hä den haben wir doch gar nicht durchgelassen oder? Wir haben doch da diesen Tanztypen da durchgelassen Nicht durchgelassen Naja Inspektor Through a search Install for your booth Mh Collegian extremists unsuspected yesterdays bombing Okay, also die Collegians Dinger da müssen wir durchlassen Müssen wir Äh, ne? Body Amps Body Scan Unterziehen Äh und zwar sind Aber das war's eh doch oder? Original Map Collegia So sieht der Reisepass aus Gut Weiß ich Bescheid Boah ich hab das jetzt ewig lang nicht gespielt Ich hab glaub ich keinen Plan mehr von dem Game Naja mal gucken Papers please Du bist Collegia ne? Ja Just visiting Visit two months Enter by 82 12 15 Das ist noch gültig Passport number 24 Dinger Alisa Manioa Passt, 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 passt Und wie kann ich das jetzt mit dem Body Scan machen? Ähm Wie ging das nochmal? Dann kam da nicht irgendwie so ein Button Warte mal Das da Und dann Search Scanner Ah ne warte mal Das muss ich ja im Ding machen Und dann äh zurück Basic Rules Genau So A random search natürlich Turn towards the scanner Please Kriegst ein Foto So Sehen wir wieder sehr interessante Bilder Die hat aber nix Hier nicht Da nicht Passt So Dann kriegst du deinen Stempel Dann darfst du ins Land Herzlich willkommen in Astorzka So das Bild Es nimmt wie immer unser Kollege mit Der denkt sich ja Habe ich eine schöne Sammlung von Bildern zu Hause Papers please Du bist kein Kollege Ja das ist schon mal gut Äh Leia van Dritik Ja passt Ähm Passport number ist auch okay Transit Hast du auch gesagt Pass through jawohl Transit 14 days Das hat so gesagt Enter by passt auch Ist Ebenfalls noch gültig Ja Kann man Kann man durchlösen Okay Herzlich willkommen in Astorzka Na komm nimmst du doch Geh mal weiter Nächster Typ Bitte bitte dass sie nicht fehlen Oh shit Was war falsch Invalid Ishing City Ich hab Irgendwie einer von euch hat mir gesagt ich soll das in der Regional Map irgendwie gucken Da Oh Gott I'll come to work Duration of stay I remain for a full year Okay Molder 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 Emily Passt Field Fine Arts Ist gültig Ist gültig Ist gültig Ist gültig One year work Passport number Passt Sehe ich eigentlich keinen Grund Ich guck mal kurz ob die Dinger auch okay sind Die Document Seals Das ist in Ordnung Das ist nicht in Ordnung Wusste ich's doch Matching Data Da muss aber das stehen oder? Das ist wieder der groß bekannte Bug Die lassen wir nicht rein Und wenn der Spiel mir nicht sagt die versuch's nochmal Ich mein das ist nicht richtig Spiel meint es richtig Ich krieg wahrscheinlich gleich meinen zweiten Strafzettel Ne Oh Kalisha must be searched Passport number Ab mir das Achso Okay So sie ist von Anstotzka Silvia Asra Die Größe Passt 74 Kilo Passt Ist auch noch gültig Männlich Du bist doch nicht männlich Na ja Weißt du Dokument Seals Das ist ne Frau Äh Ein Mann? Bin ich mal gespannt Oh Gott ja Definitiv Das ist ein Mann Ach du Schande Na ja gut Sehr interessanter Mann Glorie du Arztotzka Eieieiei Eieiei Ich fühl mich nicht gut Ich glaub nicht dass wir das packen Wir müssen uns beeilen Äh What a tip of us through Duration of stay Main couple of days Two days Ähm Du bist eh nicht von hier Yating Haikiala Haikiala Yating Passport number Ist richtig Solrk Ja Female Transit two days Ist gültig Ist gültig Ähm Ishing City Von An irgendwas Passt auch Äh Joa Ne Ganzes Land Würde ich mal sagen Klingt so ein bisschen schief vielleicht Der Stempel gerade Eieiei Was denn schon wieder Äh Fa- Hell Okay Ich hab's zwar komisch gefunden Aber Anscheinend war's doch falsch Gut Ich verkack das grad auf ganzer Linie Das gefällt mir gar nicht Hm Searched So Währenddessen Anastasia Yildrim Äh K.O. 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 Imigrant für immer Hat's auch gesagt Ne Ähm Kann man da fünfmal Husband Passt Da hat's nix bei Hat's auch nix bei Ähm Ist noch Valid Yep 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 Meredol wird eh auch hoffentlich richtig sein Denk ich mal Die scheint ja Ja Die scheint sauber zu sein Gut Dann herzlich willkommen in Aztotzka Bild geht mal wieder an Kollegen weiter Der hatte schon seine Sammlung Nächster bitte No papers please Shady Safadi I pass through Äh For a couple of weeks Shady Safa Safadi Passport number Passt Transit 14 days ist 2-82-12-14 Passt Ist noch gültig Ist noch gültig Ähm 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 Aha Aha Joko City Passt Ach Kohe hier Sekunde Passport Schauen wir mal ob du ein Schmuggler bist Wie viele Kohe hier es in das Land war? Das ist unglaublich Verhiest es keiner please Ich hab ne Fliege auf meinem Arm, ist auch nicht nett So, da bist du sauber Da hast du was, oh, da hat er was Äh Ja, wie Frage ich ihn das jetzt? Ich hab doch keine Ahnung Ja, ist doch egal Wir lassen den einfach nicht ins Land und fertig So Auf Wiedersehen Don't come back Ja, wird echt Glück, dass er nicht arrestet wurde Weil ich keine Ahnung hab, wie das geht Papers, please Oh, Arztodz Katzen Arztodz Katze, Arztodz Kanerin Das kann man lassen, 89 Kilo, passt Ähm Mhm, mhm, mhm Ist Wow, der ist schon Ah ne, ist Geburtsdatum Day of Birth Passt Ist noch gültig Even Sina Passt East Creston Warte mal, East Creston Okay Ja, okay Dann scheint das ja wohl zu passen Ich weiß wahrscheinlich, dass ich gleich wieder meinen nächsten Strafzettel bekommen werde, aber Was soll ich tun, wir werden unsere Kinder echt nicht bezahlen können Ja, was ist denn ein D-Card, Non-Matching Photo Ach du Scheiße, das Schulden Das Schulden Was ist das nicht wieder der komische? Purpose of a chip, I have a job here Herzlich willkommen, Arztodz Katze Nimm's doch Gibt's ja nicht noch ein Ticket Ach, Gott sei Dank Mhm Wir können Nichts bezahlen Und haben Schulden Aber, okay Ist das alles noch okay Wir können es noch retten, wenn wir uns jetzt Oh Das war's Gut Arztodak ist es Oh Oh Wir haben es verkackt Wir haben es verkackt Wir haben es verkackt Dann versuchen wir es nochmal Das machen wir nochmal schnell in der Aufnahme Wir versuchen es jetzt nochmal 29. November 1982 Wir beginnen uns langsam, aber sicher auf unserem Arbeitsplatz Und lassen wir schauen wir in den nächsten durch Schauen wir mal, wie es jetzt läuft Steigen wir uns mal ein bisschen mehr an Papers, please Visiting Passt The relation of stay A few weeks Passt Emily Jones Passt Passport number Passt Visit Passt Passt Ist noch Götig Ist noch Götig Ist noch Götig Weiblich ist er auch in meinen Augen Dokumentier Passt auch Ishing City Sie ist von Colechia Iroko City Passt Aber Kollege freut sich gerade wieder im Hintergrund Der kriegt nämlich wieder neue Fotos Den Body Scan So Ansonsten ist es sauber Also wenn da jetzt nichts ist, dann kann sie ins Land Gucken wir mal Na komm ja du Bild Yep Passt Approved Herzlich Willkommen Zurück Oder zum ersten Mal in Aztotzka 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 Oder so So Papers, please Transit through the country Duration of stay Two weeks Daisy Kowalska Aha Hör mal I changed my name recently Sag mal her Keine bekannten Verbrechen Matching data Aber kann ich sie jetzt reinlassen oder nicht? Das ist die Frage Gucken wir mal ob noch was falsches Gültig ist er noch Der ist auch noch gültig Sie ist von Impor Und ich glaube Impor ist auch noch alles okay Impor Ja Passt Kann ich reinlassen Das ist auch sie Die Frage ist jetzt halt ob das Ding als valid Passport gilt Gucken wir mal Invalid Alice Entry Permit Invalid Name Oh Using Reveys Institution of stay Twelve weeks Three months Passt Emma Ambuldase Passt Passport number Passt Visit Drei Monate Passt Das ist noch alles Götig Weiblich True Glorian Von Republika 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 Da True Glorian Passt Du darfst Moin Du darfst noch Arztotzka Du hast no trouble Bin mal gespannt ob das letzte Level jetzt schaffen wir Glaube ich zumindest eines der letzten Paper please So Wieder eine Arztotzkanerin 91 Kilo Die passt 172 ist auch Okay Gay Kind of Bild Is matching Berg Sanja Passt Männlich Männlich Du bist doch nicht männlich Erster Dokument Seist Sehe ich wieder wahrscheinlich hässliche Dinge So Ja Das ist ein Mann Das ist eindeutig ein Mann Okay Berg Seinjab Gut kannst du bei dem Namen Kannst du bei solchen Namen echt nicht sagen Ob der gemäß oder weiblich ist Ja Es ist schön dass Arztotzka die Leute begrüßt Die Leute sollen aber auch mal rankommen Die wollen ja auch ins Land Papers please Amelia Perkovic Perkovic Passport number passt Immigrant forever Hat sie das auch gesagt Na ja Äh Ist gültig Ist gültig Golorien Golorien Ist aber nicht von An Tegra irgendwas Oder Doch War Glorien Dann äh Ist das okay Bitteschön Willkommen In das Letzten So Was ist denn Invalid Gender Okay Scheißendreck Janina Seistief Oder Seistief Passport number Schon mal falsch Nicht spät Sondern Passport number Hör mal da stimmt was nicht mit dir I know nothing about this Achso Ihr wird verhaftet Ich dachte schon Wann muss ich jetzt ein Body Scan machen Next please Ach ja Papers please Dich kann ich gleich von vornherein aus mal scannen Brauch ich gar nicht hier rumscheißen So Achso Der Schaddi Safari Den kann ich gleich ablehnen Der war letztes Mal ja auch Ausgerüstet mit Sachen Weil sonst Passt ja Seine Sachen eigentlich Ich zeig mal ja Ist er da wieder am Fuß kleben Jep Äh Das war jetzt nicht ganz sinnvoll Was ich da gestempelt hab So Why you turned on good money You're lucky to escape Arrested Do not come back Achja Ich frag mich warum ich den echt nicht arreste So Purpose of a trip I come to work Duration of stay Eight weeks Emma Martinez Emma Martinez Martinez Emma 1983 Ist äh Gültig 82 1216 Ist gültig Ist gültig Kollegien Kann ich gleich wieder scannen Ist es Joy Wie viele Kollegien in unser Land wollen Ist ja unglaublich So You select a full random search Face the scanner please Kollege freut sich So Die scheint sauber zu sein Ansonsten Manufacturing Work Two months Ja sieht doch Ganz sauber aus Da komm Wedor weiß ich auch mittlerweile Ist eine Eine von Kollegia Eine Stadt Wenn da sowas falsch ist Dann Such ich den Typen Der diese Zettel ausdruckt Und hau den Passt doch So Visiting Sixty days Zwei Monate Passt Mohamed Mohr Mohamed Das Bild Passte auch Passport Number Ist korrekt Visit Two months Ist noch gültig Ist noch gültig Outer Gross Von Nein Das kann nicht stimmen Äh Regional Map Doch Stimmt Dann passt das Herzlich willkommen Na nimmste Willst du die auch noch haben Ich brauch die nicht Ist schon vorbei Oh Plus 15 Wir können uns Bitte Ja Das soll mal warm bleiben Ne Passt doch Gute Nacht So Kollegia Wieder Fins Komplett Okay 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 Das war's mit der Folge Ich hoffe ihr Hattet Spaß Wenn ja dann macht doch Ein Abo Wenn ihr kein Video verpassen wollt Oder gebt dem Video doch einfach Einen Daumen nach oben Um mich und die Serie zu unterstützen Ich wünsche euch noch Einen wunderschönen guten Tag Abend Oder was auch immer ihr gerne habt Bis zum nächsten Mal Euer Smokey Bye bye Euer Smokey Euer Smokey Euer Smokey